Liebe Fernsehzuschauern, Lovely TV Watchers, herzlich willkommen, äh, heartly welcome zu Max und Willis lustiger Witzestube. zu Max und Willis Funnies Choke Stubel mit unserem Schaummeur Rocco Valentino. Mit unserem Chuggler Rocco Valentino haben Sie bitte Spaß. Leer. Was ist das? Puh, Puh, Puh. Eines Tages trafen sich... Eines Tages trafen sich zwei Jäger. Die wollten jagen gehen. Die wollten auf die Hasenjagd. Die trafen sich in einem Waldstück und dann liefen die, liefen die, liefen die, liefen die... Nach ungefähr zehn Minuten blieben die stehen. Da haben die ungefähr 100 bis 200 Meter vor denen, haben die einen Hasen gesehen. Der erste Jäger nimmt das Gewehr, zielte auf den Hasen und schoss. Und der Hase fiel um. Dann gingen die weiter, weiter, weiter. Nach ungefähr zehn Minuten blieben die wieder stehen. Und ungefähr 50 bis 100 Meter vor denen stand ein großer Baum. Und da war was dahinter. Und die dachten, das ist einer. Das war ein Hase. Der zweite Jäger war jetzt dran, nahm sein Gewehr und hat geschossen. Und plötzlich fiel was hinter dem Baum um. Die zwei Jäger gingen zu dem Baum hin, schauten dahinter, schauten sich gegenseitig an und sagten sich, das ist aber kein Hase, das ist ein Bär. Applaus